Und ein Moinzen zur ersten Reaktion auf den Trainerwechsel beim VfB Stuttgart. Lange wurde es erwartet nun offiziell. Bruno Labbadia wurde entlassen, ist nicht mehr Trainer beim VfB. Sportlich nachvollziehbar, ein Sieg aus elf Bundesligaspielen und eben das Weiterkommen im Pokal in Paderborn. Schnitt von quasi einem halben Punkt pro Spiel, das ist halt einfach zu wenig. Nicht sportliche Mängel, Aufstellung, haben wir alle schon zu Genüge besprochen hier auf dem Kanal auch. Trotz allem, um auf das Statement hier einzugehen, finde ich den Umgang ein bisschen arg kalt. Es gibt einfach nur ein großes Statement zur Anstellung von Hoeneß, auch nur ein Bild von Hoeneß, auch im Tweet nur ein Bild von Hoeneß. Und nur so im Nebensatz zu der Wendung nach dem Motto, ach ja, wir haben Labbadia übrigens entlassen, auch noch gleichzeitig. Finde ich so ein bisschen, vielleicht übertreibe ich es auch, aber ich finde es so ein bisschen unwürdig, so ein bisschen arg kalt. Und passt zum VfB irgendwie, passt zur Art und Weise, gerade in dem Verein, wie es auf einen wirkt. Ich meine, selbst Wimmer hatte so ein eigenes, auch wenn es nirgends groß irgendwie verbreitet wurde, aber auf der Webseite hat er auch ein eigenes Statement bekommen von wegen verlassen im Verein und so weiter. Und hier einfach Labbadia quasi in einem Halbsatz abgewatscht. Finde ich ein bisschen, ja, fraglich, aber am Ende des Tages auch nicht so wichtig. In den Gerüchten waren viele Trainer, wir haben es ja auch alle hier schon mal besprochen in den letzten Videos. Aber jetzt wurde es einer, der aktuell nicht so aktiv in den Gerüchten genannt wurde. Also ist schon ein Name, den wir kannten aus der Gerüchteküche, so ist es ja nicht. Damals kam er auch nicht. Ich glaube, rund um Materazzo-Entlassung waren Gerüchte, rund um Wimmerhaus waren Gerüchte. Jetzt ist er da, Sebastian Hoeneß, der Ex-Trainer von der TSG Hoffenheim. Heißt also jetzt auch, Stand jetzt, außer es ändert sich da noch was, letzter Spieltag VfB gegen Hoffenheim. Heißt dann auch, letzter Spieltag ist Ex-Hoffenheim-Trainer gegen Ex-VfB-Trainer. Das ist auch wieder Vogelwild. Und Rekord ist aufgestellt. Es wird damit am Mittwoch im Pokal, im vierten Pokalspiel in dieser Saison, auch der vierte verschiedene Trainer auf der Bank. Platz nehmen bei uns, auch so ein Ding, ja, VfB-Alleinstellungsmerkmal. Ob man sich sowas hat erarbeiten müssen, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ist debattierbar, aber ist ein Rekord. Nun zu Hoeneß, auf den ersten Blick bin ich da wirklich, ja, weder zu noch abgeneigt, muss ich sagen. Also habe beim VfB in der Jugend gespielt, wurde auch im Set noch mal rausgehoben. U17 weißer Titel zum Beispiel, 1999. Dann Trainer gewesen im Jugendbereich bei RB. Ist ja grundsätzlich auch einfach keine schlechte Schule, die RB-Schule. Mit der U17 ein Punkteschnitt von 2,27 pro Spiel. Mit Bayern München U19 etwa zwei Punkte pro Spiel. Ist ja auch diese Juve liegt noch dabei. Und dann eben bei Bayern 2 gewesen und dort sogar halt in der dritten Liga die Meisterschaft geholt. Auch einfach wirklich ein Statement, sehr stark. Jugendarbeit ist also, kann man schon sagen, ist ein Haken dran. Das scheint er zu können, definitiv. Dann ging es im August 2020 zu TSG Hoffenheim. Bundesliga erste und bisher auch einzige Station vor dem VfB jetzt eben. Und wurde da ein Last nach der Saison 2021-2022 auf Platz 9, was man so gehört hat, weil das Ziel europäische Qualifikation verpasst wurde. Wenn man gerade guckt, wo auch Hoffenheim gerade hängt, wie es seitdem auch bei Hoffenheim lief. Vielleicht Ziel ein bisschen arg hochgesteckt. Und so schlecht war es auch gar nicht. Ich kann mich da auch an viel Verletzungspech erinnern bei Hoffenheim gerade. Vielleicht war es auch vor allem nur diese Rückrunde, glaube ich. 2021 dann 1,42 Punkte. Und Summe, also pro Spiel im Schnitt auch ordentlich. Also an und für sich ist das ordentlich. Liest sich das okay. Bevorzugte Formation laut Transfermarkt.de passt auch. 3-4-1-2 oder halt einfach generell. Ist ja egal welche Art, aber der Mann spielt Dreierkette. Das klingt so, als würde es zu unserem Kader passen. Schon mal in erster Linie. Hat für mich auch alles so ein bisschen Matarazzo-Vibes. Vielleicht gibt es, vielleicht habe nur ich das Gefühl, aber so ein bisschen Matarazzo-Vibes hat das. Weil du hast natürlich die Hoffenheim-Parallele. Du hast die Dreierkette-Parallele. Du hast eigentlich eine ganz ordentliche Leistung, aber auch oft irgendwie sich nicht belohnt in Spielen. Und dann eben auch Verletzungspech, die ist das. So ein paar Parallelen gibt es zu Matarazzo. Und nun geht es zu uns in den Abstiegskampf. Er hat Bock. Er freut sich riesig auf die Herausforderungen beim VfB. Er hat auch so in seinem Statement eine große emotionale Verbindung zu uns. Scheint schon in seiner Jugend Fan gewesen des Vereins. Wie gesagt, auch in der Jugend spielt beim VfB dann. Ja, und irgendwie untypisch für so ein Statement. Auf der Webseite gibt es dann quasi zum Schluss von seinem Statement noch einen Drei-Punkte-Plan direkt quasi. Wirklich auch Statement ganz normal zitiert hier und da. Und dann einfach wirklich eins, zwei, drei. Wirklich so mit Punkten halt drin. Irgendwie auch ein bisschen untypisch. Aber kurz runtergefasst, runter, runter zusammengefasst. Ziel eins, Nürnberg schlagen im Pokal. Ziel zwei, Klasse halten. Und dann Ausrichtung im Sommer, sich zusammensetzen, Zukunftsplan, Zukunftsorientierung, dies, das. Also wie gesagt, auf ersten Blick bin ich echt weder zugeneigt noch abgeneigt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ich denke, es hätte uns auf jeden Fall schlechter treffen können, wenn man so den Trainermarkt anguckt. Das ist klar. Ob es uns noch hätte besser treffen können, ist dann eh die große Frage. Du wirst erst bewerten können, wenn er ein paar Spiele gemacht hat. Und wenn dann das Ergebnis meiner Meinung nach raus ist, ja, aus der Traineranstellung von Sebastian Hoeneß. Aber auf der freien Trainermarkt, wie gesagt, ist ja wirklich echt nicht so der Wahnsinn. Da würde ich auch irgendwie gerade keinen sehen, wo ich auf Anhieb sagen würde, ja, der ist. Sicherlich besser als Hoeneß. Vielleicht in Gedanken jemanden immer lieber hätte, dies, das. Aber sicherlich besser als er. Auch schwierig ist es zu bewerten gerade. Der Mann hat sicherlich was auf dem Kasten. Jugendbereich, bei Hoffenheim war es auch am Ende okay. Die Zeit bei den Bayern, auch Bayern 2, der Meistertitel. Aufstellung und Spielstil könnten zum Kader passen, definitiv. Also geben wir ihm eine Chance. Ich meine, was anderes bleibt uns eh nicht übrig, ist ja auch klar. Klassenhalt ist und bleibt eine Riesenaufgabe für ihn. Das wäre schon sehr, sehr stark, wenn er es mit uns noch schaffen würde. Auch in der Fanbase, so gerade mal Twitter und so Geschichten, ist das Gefühl zu ihm, glaube ich, gemischt. Aber leicht positiv. Also nicht leicht positiver behaftet als negativer behaftet. Vertrag wieder zwei Jahre, also bis 2025. Ich denke aber hier, anders als vielleicht bei Labbadia. Weiß ich aber auch nicht sicher, wie es bei Labbadia ausgesehen hätte. Ich meine, wir sehen es jetzt. Er wurde entlassen, aber hätten wir es darauf ankommen lassen. Hier wäre ich mir aber auf jeden Fall sicherer bei Hoeneß, dass er das, glaube ich, auch, ja, dass er auch absteigen dürfte. Sagen wir es mal einfach mal so runtergesagt, dass er auch absteigen dürfte. Junger Trainer. Ist ja drei Punkteplan, ist direkt schon so zum Anfang als Statement reingeballert. Vertrag ist, glaube ich, auch ligaunabhängig. Ja, ich glaube, er dürfte auch mit absteigen und könnte dann so gesehen seinen Vertrag auch, ja, ausfüllen einfach bis zur 25. Auch wenn es vielleicht in der 2. Liga mit da drin ist. Mal gucken, was passiert. Wir hoffen natürlich nicht, dass es so weit kommt und hoffen, dass das hier auf jeden Fall funktioniert. Und eben, ja, der hoffte, neue Trainer-Effekt eintrifft, irgendein Puls gesetzt wird, irgendwas hier passiert, dass wir eben drinbleiben in der Liga. Programm natürlich ist auch direkt nicht wirklich easy für ihn, muss man auch mal sagen. Programm hat jetzt noch, ja, anderthalb Tage so geführt. Dann geht es gegen Nürnberg im Pokal, was eine absolute Pflichtaufgabe ist für den Bundesligisten. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Und dann hast du direkt am Wochenende, am Sonntag direkt einen absoluten Pflichtsieg. Das ist ein absoluter Pflichtsieg in Bochum. Du musst da gewinnen. Jetzt auch schon durch den Hoffenheim-Sieg. Da war ja gestern noch nicht mit drin in meinen Stichpunkten in dem Video. Da war ja quasi währenddessen eine Aufnahme von mir. Und dann gewinnt auf einmal Hoffenheim in Bremen. Auch super. Eine absolute Pflichtsieg in Bochum. Absoluter Pflichtsieg in Bochum. Da musst du punkten. Da musst du gewinnen eigentlich sogar. Stand jetzt wirkt es eh so, als würde es mehr oder minder gefühlt nur um die Relegation gehen. Wenn du, glaube ich, in Bochum gewinnst, hast du wieder Punkte gesammelt. Bist du dann näher dran. Aber, ja, wenn du in Bochum nicht gewinnst, ist, glaube ich, das einzige Rest hier noch Relegation. Also es wird auf jeden Fall direkt ein harter Brocken für Hoeneß. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren zu ihm da. Wir unterstützen unsere Jungs natürlich weiter. Ganz klare Geschichte. Wie gesagt, Mittwochpokal in Nürnberg. Bin auch vor Ort. Viele VfB-Fans sind vor Ort. Ich habe Bock auf das Ding, auf den Pokalabend in Nürnberg. Lasst mir gerne ein kostenloses Like und ein kostenloses Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Bedankt fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.